hallo ja da draußen herzlich willkommen zurück zum landwirtschaftsseminator 22. ich bin wie immer der Schalti von der Test Area und kommen wir zu einer kleinen Mod Vorstellung. im Bereich Fahrzeuge unter der Kategorie LKW haben wir vom Arthur einen MAN bekommen. MAN TGS 181290 bei Arthur AW Mod. so ich mache mal wieder ein bisschen Grätsche und versuche den mit dem Original zu vergleichen. Fangen wir mit dem Original an. 500 PS hat das Original. 400 Liter Tankvolumen, 80 kmh Spritze, 8,4 Tonnen Leergewicht. Der Mod von Arthur hat 1290 PS. Es geht langsam los. 1200 Liter Tankvolumen, 110 kmh Spitze und ist ein bisschen schwerer. Wahrscheinlich wegen der Fahrphysik. Ich weiß nicht. So hier ist das gute Stück im Shop. Wir können hier verschiedene Reifenhersteller aussuchen. Wir können zwischen Standard und Breitreifen wählen. Wir können die Hauptfarben einstellen. Da gibt es ein paar Spielereien. Und wie gewohnt natürlich das Kennzeichen. Schauen wir uns das Prachtstück in Natura an. Hier ist das gute Teil. Also ich habe im LS19 war das der meist benutzte LKW von mir. Das war ein Re. Ihr habt das auch gesehen. Wir haben hinten eine Anhängerkupplung mit Zapfwelle. Nur mal so zu Info. Und die funktioniert, wie man Arthur kennt. Da kann man sich drauf verlassen. So, ich gehe rein. Wir gucken von innen. Es ist, ja, ein Giants Standard. Da gibt es nichts zu meckern. Ich schmeiße die Maschine mal an. Nochmal. Ja, hört sich definitiv besser an als im LS19. Die Sounds sind einfach der Wahnsinn. So, gerade Strecke suchen. Und mal Gas geben. Gucken, ob wir den ausgefahren bekommen auf dem kleinen Map. Ich denke. Und er schaltet. Und er beschleunigt. Und er schaltet. Und er beschleunigt. 113. Ja. Klappt. Wackelt. Hat Luft. Bremst. Hervorragend. Arthur. Vielen lieben Dank. Ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Fürs Mitmachen. Fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat der MAM genau so gut gefallen wie mir. Wenn es so ist und es euch gefallen hat, das gerne einen Daumen nach oben da. Ist für mich wichtig, für den Kanal wichtig. Und somit profitiert auch ihr davon. Ich war Bind und Bleib der Schottling von der Test Area. Und bin damit verhutet raus. Was gut auf euch auch. Bleibt mir gewogen. Und was natürlich in der heutigen Zeit das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.